Musik Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren gleich beginnt, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss, ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss, ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss, ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss, Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Feuer! Yeah, yeah. So Bott Gabe! What? No, no, no Bc! No, no Bc! Toff!